willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge clash of clans mit mir im torsten an einem tag ja der kessel des grauens leute der kessel des grauens so kann man es eigentlich sagen denn heute oder gestern ich nehme heute auf also nicht erst dann also vor ich war gestern obwohl ich heute aufnehme gab es wohl ein bug hier und ich habe den ganzen tag kein clash of clans gespielt mit keinem dorf weil ich dachte der betrifft jetzt alle dörfer denn es geht auf wir gehen davon aus dass es wohl einen kleinen bug nach dem event gab weil es erst die ersten anmutungen waren ja clash of clans ist im urlaub oder supercell ist im urlaub und praktikant muss sie jetzt die nacht umstellen muss das event rausnehmen weil das läuft zwar noch das event läuft noch ihr könnt ihr euch ihr könnt euch auch immer noch hier die die lager fertig machen ihr könnt das immer noch geben aber ihr könnt halt nicht mehr spielen es gibt keine sauren pötte mehr aber es gibt natürlich für die sich durchgespielt haben den sauren potty in der base und der war heute ausschlag geben dann hat einer geschrieben ja bloß nicht angreifen dann kam das oft mit der dem als xxxxxx1 twitter und dann hat das hier auch die rone gemacht und ich bin dann ja auch irgendwann mal angefangen muss er irgendwann mal anfangen zu spielen und mich hat mich jetzt leider zwei mal erwischt das heißt also wir haben 20 sterner ich meine ich bin ich wirklich so schlecht ich bin schlecht ja wir haben auch wieder keine event rufen das kommt noch dazu erschweren dazu muss ich sagen und deswegen würde ich sagen Nehmen wir den, also erst hieß es, jeder zweite Angriff geht. Ja, ging dann auch, ne, geht nicht, geht, geht nicht, geht. Und ich wurde auch jetzt heute nur dreimal angegriffen, weil das macht natürlich dann die Runde, ne, durch Social Media, durch Discords und so weiter. Und ich habe jetzt noch zwei Attacken hier offen, am gestrigen Abend, es ist Sonntagabend, das stimmt gar nicht, Sonntag, man vertut es ja auch immer so, ne, Mittwochabend. Mittwochabend, 23.13 Uhr sehe ich gerade. Und, ja, ich habe noch eine Ad-Hocke offen, ich habe ein paar Hawks dabei, ich habe eine Kaserne dabei, noch ein bisschen komische Armee, aber auf jeden Fall zwei Sprungzauber, meine Armee ist noch nicht ganz fertig. Ich wollte sie auch, guck mal, ich kann die gar nicht gampen, aber auch kann ich da, 14 Gems, aber viel, ne. Ah, okay, gönne ich mir. 14 Gems, wie kann, wie soll ich das überleben, das werde ich nie überleben, Leute. Ich muss sofort Büsche haben, irgendwas zum Abgrasen, egal, nur für die Videofolge. Hopp oder Topp hieß es gestern Abend und den ganzen Tag in Legende für alle Legendspieler, Hopp oder Topp. Ja, klickst du hier, hast du Glück, klickst du hier nicht, hast du kein Glück. Mal gucken, ne, habe ich Glück oder nicht? Kein Glück, Leute, kein Glück, schade auch. Geil. Also, kein Glück gehabt, das heißt, wenn wir hier jetzt genau reingucken, die Vermutung lag ja auf was anderem. Ich kann das Game auf jeden Fall reloaden. Die Vermutung lag dann auf was anderem. Denn, ähm, die Vermutung lag auch auf was anderem. Lass mal gerade gucken. Attack Lock, wir können nochmal reingehen, weil dann bricht er nicht ab, dass er den Kessel hier stehen hat. Deswegen, der Kessel des Brauns heute hat die ganze Legendenliga hier durcheinander gebracht. Alle, die nämlich vermutlich in ihrer Defense diesen Kessel drin hatten, unterliegen, nämlich, ich sag mal so, diesen Bug. Die, die den gar nicht gesetzt haben, man brauchte den ja gar nicht setzen. Ja, ihr konntet die Base auch immer noch so aktivieren. Ähm, da war der Bug halt nicht. Oder ist halt nicht. Da hast du halt Glück oder hast du halt kein Glück. Wir hatten jetzt schon einmals kein Glück. Okay, ich kann tollerweise jetzt gleich wieder mit der Armee angreifen, der geht mir ja nichts löten, ne. Wieder eine Nullnummer, Toto. Okay, hopp oder top. Augen zu und durch. Glück. Bra! Oh Leute, ich hab Glück. Das ist ja schon wie feiern, ne. Das ist schon wie feiern. Also man feiert das ja hier. Förmlich. Sehr, sehr cool, Leute. Das finde ich gut. Und was ich noch viel besser finde, ist, ähm, dass ich den Boden endlich mal auf Boden gestellt habe. Weil der war den ganzen Tag nicht in der richtigen Verfassung. So will ich es mal sagen. Also der Boden war schon in der richtigen Verfassung, aber irgendwie auch nicht. Ja, irgendwie war der auch nicht gut drauf. Weil ich den grundsätzlich vergessen habe. Ich hab immer eine Boden- und Luftarmee. Was vielleicht nicht, was dann vielleicht nicht ganz so gut ist. Ja, das ist vielleicht dann nicht ganz so gut. Macht aber nix. Macht aber nix. Wir gehen jetzt mal hier in unseren King laufen. Nehmen Kaserne mit rein. Nehmen 1, 2, 3, 4. Zack. Die Jungs hier mit drin. Da noch ein. Und da noch ein. Piler. Die beiden Jungs mit drin. Den haben wir mit drin. Jetzt muss ich hier mal schauen, dass wir hier einmal springen. Da kommt ein bisschen was raus. Leute, ich hab euch da einen Sprung hingelegt. Bitte nehmt den. Und nehmt nicht nur den, nehmt auch den. Wo war mein Worten? Wieder ganz alleine hier irgendwo, ne? Junge, junge, junge. Ah ja, jumpen die nach da. Okay. Macht nix. Jumpen die einmal nach da. Macht aber nix. Eben mal zünden. Na ja, ich immerhin zwei Sternchen rot, Leute. Das ist nicht schlecht. Immerhin zwei Sternchen geholt. Das sind auf jeden Fall, äh, das sind auf jeden Fall viel, viel mehr Sterne, als manche andere heute geholt hat. Äh, denn es, man konnte auch acht Mal Glück haben heute. Man konnte aber auch acht Mal Pech haben, ja? Und das ist natürlich doof für die Spieler gewesen, die damit ihr Geld verdienen. Das heißt also, die vielleicht im Push-Clan sind, schon Knete kassiert haben, ja, für ein paar Medaillen pro Tag oder sowas. Ich kann das ja auch schlecht einschätzen. Aber die hatten heute mal richtig, na ja, richtig doofen Tag, ne? Richtig doofen Tag. Es wird gar nichts mehr im Chat getippt. Ja, und dann kommt noch dazu, da möchte ich mich auch für entschuldigen, für das letzte Video, Leute. Da ist mir nämlich auch was Doofes passiert. Ähm, denn dort habe ich aufgenommen. Vorher, ich hatte morgen schon Probleme mit meiner Webcam. Nicht mit dieser hier. Ich bin in der anderen Location, nicht mit dieser Cam, sondern, weil das ist mein iPhone, die andere Location sieht ja hinter mir ein bisschen anders aus. Und morgens war meine Webcam nicht da. Dann habe ich die rausgeschmissen aus Windows, habe gesagt, komm, blödes USB-Ding raus. Und habe wieder, ich muss nur sagen, einmal Hardware neu aktualisieren. Dann war die wieder da, die Webcam, hurra! Ja, und dann habe ich angefangen, das Video aufzunehmen. Und was mir nicht aufgefallen ist, ich habe in einem Mikro gesprochen, aber mein Hauptaufnahmegerät, Leute, war meine Kamera. Ja, und deswegen war der Sound eigentlich doof. Mir ist das überhaupt nicht so aufgefallen beim Schneiden. Ich habe zwar gehört, ja, es ist ein bisschen leise und die Musik war auch leise. Und dann ging das ganze Dilemma abends noch weiter. Da war das Bild ganz verschoben. Also, ich glaube, das hat alles was mit Halloween zu tun hier. Das sind keine guten Gene. Aber ich schließe meinen Tag mit plus 54 ab. Ich finde, das ist für mich absolut in Ordnung. Ich hoffe, dass morgen, mit morgen meine ich ab heute, dieser Bug hier nicht mehr existiert und man ganz in Ruhe seine Legendenangriffe machen kann und nicht hoffen muss, geht es, geht es nicht. Ich denke mal, das wird auch schon super, wird das Ganze sicherlich fixen. Aber der Kessel des Grauens hier war diesmal da und deswegen ist halt so. Leute, ist halt so. Ja, was willst du machen? Ich war gestern Abend auch wieder vier Stunden in der Bahn unterwegs mit dreimal Halt irgendwo mitten auf der Strecke, wo der Zugführer sagt, ja, tut mir leid, wir müssen anhalten, Bomben, Entschärfung oder wo der dann gesagt hat, in irgendeinem Bahnhof, wir machen jetzt nochmal 20 Minuten Pause, weil Personal fehlt. Ja, toll. Aber es ist halt so. Du kannst nichts dran machen, genau wie hier nicht. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen auf einem Donnerstag, habt ihr heute. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht, vergesst noch an dem Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren Videos oder in Livestreams, je nachdem, wie ihr wollt. twitch.tv-toto-plasht Ciao, ciao. Macht euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, einen schönen, liebenden Tag. Bis dahin. Euer Toto. Plasht. 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 Vielen Dank.